Betriebsmittel und deren Auswirkungen in Verbrennungsmotoren Jede Verbrennung erzeugt Rückstände, die sich auf die Arbeitsweise und Wirkungsgrad eines Motors immer nachhaltig auswirken. Insbesondere wird die Verdichtung vermindert durch Rückstände im Bereich der Kolbenringe, der Ölabstreifringe und deren Nuten. Die dadurch resultierende schlechtere Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemisches führt zur Leistungsminderung. Infolgedessen erhöht sich der Öl- und Kraftstoffverbrauch. Dies führt sowohl zu deutlich gesteigerten Verbrennungsrückständen als auch zu erhöhten Abgaswerten und nicht zuletzt zum schnelleren Verschleiß der Aggregate. Teile der Gemisch- und Verbrennungsgase verflüchtigen sich in das Kurbelgehäuse, beschleunigen dadurch die Ölalterung und können zu Funktionsstörungen der Kurbelgehäuseentlüftung führen. Gröbere Verschmutzungen, wie Verharzungen in den Ölzuleitungen, können zur Minderschmierung von wichtigen Bauteilen, wie zum Beispiel der Nockenwelle, führen. Werden diese Verschmutzungen durch einen normalen Ölwechsel beseitigt? Zur Veranschaulichung werfen wir nochmals einen Blick in das Kurbelgehäuse. Bei einem einfachen Ölwechsel wird das Altöl abgelassen. Jedoch werden mit dem Altöl nicht alle betriebsbedingten Verschmutzungen entfernt. Ein Teil verbleibt in Form von Ablagerungen im Öl- und Schmierkreislauf. Mit der anschließenden Neubefüllung des Motors mit frischem, sauberem Öl und dem nachfolgenden Starten nimmt das neue Öl die verbliebenen Rückstände in sich auf und in kürzester Zeit ist das Öl wieder verschmutzt. Dieser Umstand wirkt sich natürlich negativ auf die Leistungsfähigkeit des neuen Öls aus. Um sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Wirtschaftlichkeit von Verbrennungsmotoren aufrecht zu erhalten, empfehlen wir vor jedem Ölwechsel die Reinigung des gesamten Öl- und Schmierkreislaufes. Nachdem unser Reiniger dem Altöl zugegeben wurde, wird der Motor 10 bis 15 Minuten im Leerlauf betrieben. In dieser Zeit löst er sämtliche betriebsbedingten Verschmutzungen molekular fein auf, was hier an einzelnen Problemzonen dargestellt wird. Das ist in unserem Beispiel der Bereich der Kolbenringe, der Bereich der Kurbelgehäuseentlüftung und der Bereich der Nockenwellenschmierung. Gleichzeitig schützen hochschmierende Komponenten den Motor während des gesamten Reinigungsprozesses. Elastomere wie Wellendichtringe und O-Ringe werden geschmeidig gehalten. Mit dem Ablassen des Altöls werden jetzt alle Verschmutzungen entfernt. Wir erhalten damit einen sehr sauberen Öl- und Schmierkreislauf, den wir mit neuem, frischem Öl befüllen. Erst jetzt kann das neue Öl in der gereinigten Umgebung seiner Eigenschaften optimal umsetzen und die bestehenden Anforderungen wie Schmieren, Dichten, Kühlen, Reinigen und Partikel in der Schwebehalten erfüllen. Das frische Öl nimmt nun die neu entstehenden Verschmutzungen in sich auf und wird nicht mehr durch die alten Rückstände in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Wir erhalten im Ergebnis Neues frisches Öl in einem sauberen Motor, Optimierten Öl- und Kraftstoffverbrauch Verbesserte Motorleistung Weniger Verschleiß der Aggregate Geringste Abgasemissionen Und längere Lebensdauer des Katalysators Geringste Abgasemissionen Geringste Abgasemissionen Sol sabieves Vielen Dank.